Hallo und herzlich willkommen zu Inside.ai. Heute geht es um das Thema Microsoft ProPilot. Welche Möglichkeiten bietet das Tool? Wo kann es eingesetzt werden? Und wo liegen vielleicht die Grenzen? Ja, für viele Unternehmen stellt sich natürlich die Frage, was machen wir jetzt mit dem ganzen Themenfeld generative KI? Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass diese Tools unabhängig davon genutzt werden, ob die erlaubt sind oder nicht erlaubt sind in Unternehmen. Deshalb plädieren wir natürlich immer, wenn wir mit Unternehmen sprechen, dafür, dass Unternehmen in jedem Fall eine Lösung finden müssen und im Idealfall auch adäquate Tools ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitstellen. Natürlich ist es so, dass viele Unternehmen ohnehin in der Microsoft-Welt zu Hause sind. Von daher ist es für viele Unternehmen jetzt zumindest eine naheliegende Überlegung, den Microsoft-Copilot einzusetzen. Man muss dazu sagen, es gibt nicht den einen Microsoft-Copilot, sondern insgesamt, glaube ich, mehr als vier Produkte, die unter Co-Pilot zusammengefasst werden, was es nicht unbedingt so einfach macht, darüber zu sprechen und sich auch dann im Prinzip anzuschauen, welcher Co-Pilot jetzt gerade gemeint ist. Heute sprechen wir um den Co-Pilot in Microsoft 365. Das heißt, der Co-Pilot, der dann auch in die Applikation integriert ist, wie PowerPoint, Excel, Teams oder Outlook. Und da möchte ich heute ein paar Beispiele zeigen. Ich habe seit einiger Zeit auch einen Zugang und konnte das Tool also jetzt auch schon ein bisschen testen. Und wir schauen uns einmal an, was dieser Microsoft-Copilot eigentlich ist und was im Prinzip er auch für Fähigkeiten hat. Hier sehen wir ein Schaubild von Microsoft selber, wo das ganze Thema einmal ein bisschen abgebildet ist. Wir sehen oben links die verschiedenen Applikationen, in die der Microsoft-Copilot integriert ist. Und wir sehen im Prinzip rechts die Bezeichnung Large Language Model und unten das Thema Microsoft Graph. Letztendlich geht es darum, dass im Prinzip, anders als beispielsweise ChatGPT, der Microsoft-Copilot auch über firmeninternes Wissen verfügen soll. Und das wird dadurch erreicht, dass im Prinzip der Co-Pilot bzw. das dahinterliegende Large Language Model auch auf Dokumente zugreifen kann, die auf dem SharePoint beispielsweise von Unternehmen liegen. Das Ganze ist tatsächlich nicht ganz so unproblematisch, denn es gab erste Fälle, in denen es sich gezeigt hat, dass, wenn das dahinterliegende Rechte-Management nicht sauber gepflegt wird, plötzlich auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Dokumente auf einmal öffnen können oder auf diese Dokumente zugreifen können, die eigentlich gar nicht für sie gedacht sind, wie beispielsweise Gehaltsabrechnungen. Das ist zumindest vor einiger Zeit durch die Presse gegangen. Letztendlich ist das gar nicht die Schuld des Microsoft-Copilots selber, sondern es liegt einfach daran, dass es für jeden Mitarbeiter extrem einfach ist, diese Dokumente für alle im Unternehmen freizugeben. Für diejenigen, die Microsoft Teams beispielsweise nutzen und die ab und zu mal diese Links nutzen, um Dokumente zu teilen, da hat man ja die Möglichkeit im Prinzip auszuwählen, für wen diese Dokumente freigegeben werden. Und gerade wenn man einen größeren Empfängerkreis hat, dann nutzt man häufiger auch die Möglichkeit, das quasi für alle Personen im Unternehmen freizugeben. Und das führt natürlich dazu, dass das dahinterliegende Rechte-Management ein Stück weit aufgeweicht wird. Denn jetzt werden plötzlich Dokumente geteilt und theoretisch allen Personen im Unternehmen zugänglich gemacht, die vielleicht eigentlich nur einem kleinen Empfängerkreis vorbehalten sind. Und das war bislang unproblematisch, weil man mindestens diesen speziellen Link benötigt hat, um auf die Dokumente zuzugreifen. Nun ist es aber so, wenn das Sprachmodell im Prinzip auf Fragen antworten kann und sich beliebige Dokumente aus dem SharePoint dazu herbeiziehen kann, dann ist es zumindest in der Vergangenheit so gewesen, dass es im Prinzip auch diese geteilten Dokumente genutzt hat, die eigentlich gar nicht für alle freigegeben sein sollten. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema gewesen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Microsoft da mittlerweile schon eine adäquate Lösung für gefunden hat. Das ist einfach nur ein Aspekt, der auf jeden Fall berücksichtigt werden sollte. Und unabhängig davon, ob man den Microsoft Co-Pilot einsetzt oder nicht, ist natürlich das Thema Rechte-Management im Unternehmen ein nicht zu unterschätzendes Thema. Microsoft bezeichnet das Ganze als Microsoft Graph, das heißt die Dokumente sowie E-Mails, auch beliebige Office-Dokumente wie PowerPoint, Excel oder Word-Dateien können genutzt werden, genauso auch PDF-Dateien. Und es gibt dabei natürlich auch verschiedene Zugriffsebenen. Das heißt, Dokumente, die ich mit niemandem geteilt habe, wie beispielsweise meine eigenen E-Mails, die kann natürlich mein Co-Pilot nutzen, aber auch nur mein Co-Pilot. Das heißt, ein Co-Pilot von einem Kollegen oder von einer Kollegin, der wird nicht auf meine E-Mails zugreifen können. Im Prinzip kann man von verschiedenen Bereichen sprechen. Also es gibt den User-Bereich, der wirklich nur meine Dokumente umfasst, auf die ich auch Zugriff habe. Und dann gibt es natürlich im Prinzip die Dokumente, auf die ich dann laut des Rechtenmanagements auch Zugriff habe. Und im Hintergrund nutzt der Microsoft Co-Pilot tatsächlich unter anderem die Modelle von OpenAI, das heißt auch das GPT-4O-Modell beispielsweise, sodass hier im Prinzip davon auszugehen ist, dass die Qualität des Modells im Prinzip genauso, genau die gleiche ist, die man auch erhalten würde, wenn man im Prinzip sowas wie ChatGPT beispielsweise nutzt. Mit dem Vorteil, dass natürlich auch eigene Informationen verwendet werden können. Wie das Ganze aussieht, das schauen wir uns jetzt einmal konkret anhand von ein paar ausgewählten Beispielen an. Ich bin hier jetzt schon in PowerPoint. Das ist natürlich für uns ein sehr wertvolles und wichtiges Tool, was wir viel nutzen, da wir natürlich auch sehr viel in Unternehmen gehen und Workshops durchführen, Präsentationen halten, sodass im Prinzip das eines der meistgenutzten Tools bei uns ist, neben Excel beispielsweise auch. Und hier ist es so, in jedem dieser Office-Programme haben wir im Prinzip einen Co-Pilot-Button, der an unterschiedlichen Stellen zu finden ist, hat aber immer im Prinzip dieses Icon, teilweise in unterschiedlichen Farben. Aber wenn ich draufklicke, öffnet sich im Prinzip hier meine Seitenleiste und ich kann mit meinem Co-Pilot chatten. Bei mir ist das System jetzt auf Englisch eingestellt, das Ganze ist natürlich auch komplett auf Deutsch verfügbar und ich kann auch jetzt, selbst wenn das auf Englisch eingestellt ist, im Prinzip auf Deutsch Fragen stellen. Ja, und dann probieren wir das Ganze mal aus. Zum Beispiel habe ich jetzt hier eine Präsentation geöffnet mit englischsprachigen Folien. Warum lassen wir das Ganze nicht einmal auf Deutsch übersetzen und schauen uns an, ob der Co-Pilot das hinbekommt. Und wie wir sehen können, er hat zwar verstanden, was ich von ihm will, aber er kann nur allgemeine Fragen über meine Präsentation beantworten, ist zumindest die Aussage, die mir der Co-Pilot gibt. Das ist natürlich erstmal ärgerlich, weil der Co-Pilot ja in PowerPoint integriert ist, aber er möchte mir im Prinzip nur Fragen zu meiner Präsentation beantworten. Und das ist tatsächlich auch ein Anwendungsfall, bei dem ich einmal schmerzlich feststellen musste, dass tatsächlich der Co-Pilot es unter Umständen doch versucht, diese Präsentation zu übersetzen, dann aber im Prinzip alle meine Folien über Bord geworfen hat und plötzlich Inhalte übersetzt hat, die ich gar nicht angelegt hatte. Das Ganze funktioniert also bedingt nur für integrierte Funktionen in den Programm. Ich glaube, Ziel von Microsoft ist es hier schon tatsächlich, das auch immer sukzessive zu öffnen, sodass der Co-Pilot durchaus in der Lage ist, diese Schnittstellen intern dann auch zu nutzen. Und wie wir sehen können, ich kann Fragen stellen zu meiner Präsentation. Das ist jetzt ja hier in dem Fall meine eigene Präsentation, sodass ich da auch im Prinzip weiß, was ich da enthalten habe. Was ich aber machen kann, ist, ich kann ihm jetzt Dokumente mitgeben. Beispielsweise hatten wir vor kurzem bei uns im Haus einen Science Slam und ich könnte ihn jetzt fragen, genau, an der Stelle warnt mich das System, es muss eine neue Präsentation erstellen, also es wird nicht meine Präsentation erweitern und dementsprechend muss ich natürlich meine offene Präsentation abspeichern, weil nämlich ansonsten gegebenenfalls Inhalte verloren gehen. Wir sehen jetzt, er schreibt sich im Prinzip eine Agenda für das Thema und hier ist im Prinzip dann eine neue Präsentation, die ist jetzt tatsächlich auch sogar in unserem Master erstellt. Die Bilder, das muss ich tatsächlich einmal rausschauen, ob er die Bilder selber genommen hat. Ich glaube ja, diese Bilder kommen zumindest aus dem Katalog von Microsoft mindestens. Das sind, glaube ich, jetzt nicht alles generierte Bilder. In PowerPoint hat man ja die Möglichkeit, Bilder aus dem Microsoft-Katalog einzusetzen. Das ist definitiv auch nicht der Kollege, der hier genannt wird. Und wir sehen, okay, mit unserem Master funktioniert das Ganze zumindest optisch nicht einwandfrei. Es sind hier noch ein paar problematische Stellen, aber das Ganze funktioniert im Prinzip in der Theorie. Machen wir das Ganze einmal rückgängig. Hier habe ich tatsächlich auch noch mal im Schnelldurchlauf ein Video gezeigt, wo ich ein wissenschaftliches Paper im Prinzip nehme und auch hier das Ganze in den Co-Pilot reinlade und er mir quasi aus diesem wissenschaftlichen Paper zum Beispiel eine Präsentation macht, die zwar nicht unbedingt perfekt ist, aber es ist ein erster Aufschlag. Und dadurch habe ich natürlich etwas, ich muss nicht auf der grünen Wiese anfangen beim leeren Blatt Papier, sondern ich kann im Prinzip mit diesem ersten Wurf der Präsentation arbeiten, das Ganze verbessern und bin in der Theorie schneller am Ziel. Optisch sieht das Ganze auch zumindest einigermaßen gefällig aus, weil jetzt in dem Fall ein Microsoft-eigener Master genutzt wird. Das heißt, hier sind dann auch keine optischen Probleme, die auftreten. Grundsätzlich also schon durchaus eine gute Unterstützung. Gerade wenn es jetzt darum geht, viele Informationen im Prinzip zu verdichten, können diese Sprachmodelle tatsächlich gut helfen. Man muss natürlich am Ende des Tages immer noch selber drauf schauen, ob alles, was dann in diesen generierten Folien im Prinzip aufgeführt wird, ob das auch wirklich faktisch richtig ist. Wir hatten ja in einem vergangenen Video schon einmal das Thema Halluzination angesprochen. Und letztendlich ist es weiterhin so, diese Modelle sind nicht unfehlbar. Das heißt, es treten weiterhin auch Fehler auf. Die Qualität wurde zwar in den letzten zwei Jahren immer gesteigert, immer weiter gesteigert, sodass man tatsächlich sagen kann, in vielen Fällen leisten diese Modelle schon eine sehr gute Arbeit. Aber am Ende ist es die Kombination, die tatsächlich uns den Produktivitätsgewinn bringt. Das Modell kann im Prinzip die Aufgaben sehr gut übernehmen, die vielleicht als lästig empfunden werden, die auch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, wie beispielsweise das Zusammenfassen von Informationen. Aber wir werden natürlich nicht davon befreit, im Prinzip sicherzustellen, dass diese Ergebnisse dann auch korrekt und einer gewissen Qualität entsprechen. Ja, schauen wir uns mal an, wie das Ganze für Excel aussieht. Hier ist es auch so, ich habe auch hier im Prinzip meinen Co-Pilot-Button, aber auch hier quasi meine Seitenleiste, in der ich chatten kann. Und was ich hier auch noch einmal zeigen kann, bei Microsoft Co-Pilot ist es so, dass es schon so eine Art Prompt-Bibliothek gibt. Das heißt, vorgefertigte Befehle, die man dem System mitgeben kann. Und das hilft natürlich gerade initial, wenn man vielleicht noch nicht mit diesem System vertraut ist, dass man entsprechend einfach Dinge ausprobieren kann, ohne selber jetzt sich einen Prompt überlegen zu müssen. Ja, und hier sehen wir auch, ich will versuchen, ein Dokument hinzuzufügen und an der Stelle scheint das nicht zu gehen. Das heißt, es gibt auch die ein oder andere Inkonsistenz zwischen der einen oder anderen Anwendung. Also etwas, was in PowerPoint funktioniert hat, muss nicht notwendigerweise jetzt schon in Excel funktionieren. Denn da ist es grundsätzlich so, da sehe ich tatsächlich noch ziemlich einen Nachholbedarf auf Seiten von Microsoft, weil einfach ich natürlich mir schon bewusst bin, was diese Modelle in der Theorie imstande sind zu leisten. Das Ganze ist hier tatsächlich teilweise aus meiner Sicht künstlich noch beschränkt, weil jetzt ich keinen Grund sehe, warum man nicht ein anderes Dokument da entsprechend reinladen können sollte, wenn das Ganze bei PowerPoint auch funktioniert. Genau, also wenn ich jetzt versuche, zum Beispiel ein Bild in den Chat einzufügen, das geht an der Stelle auch leider nicht. Ich konnte ihm den Link zu diesem Bild einfügen und er scheint auch den Link aufrufen zu können. Und fragen wir ihn einfach mal, ob er vielleicht dazu eine Excel-Übersicht aufbauen kann. Okay, hier sagt er auch, dass er nur mit Inhalten arbeiten kann, die im Prinzip schon in der Tabelle enthalten ist. Dann fragen wir ihn einmal, ob er einfach unsere Tabelle mal mit beispielhaften Daten füllen kann. Das sieht gut aus. Auch hier scheint er das Ganze nicht selber übertragen zu wollen. Ja, hier scheint es auch einfach nicht klappen zu wollen. Mein Ziel ist es gar nicht, das Tool hier im Prinzip bloßzustellen oder schlecht zu reden. Es ist nur so, dass es im Prinzip meine Erfahrungen auch der letzten Wochen widerspiegelt, dass es einfach sehr inkonsistent ist in dem, was es jetzt schon kann und was es nicht kann. Und da sehe ich natürlich als jemand, der grundsätzlich das große Potenzial von generativer KI sieht, sehe ich die Gefahr, dass Leute relativ schnell auch frustriert sein können, wenn sie mit dem Tool versuchen zu arbeiten und dann im Prinzip aufgeben und es gar nicht mehr nutzen wollen. Was dann letztendlich dazu führt, dass wir die Chancen im Prinzip vertan haben. Ja, und daher hoffe ich, dass das tatsächlich sehr schnell auch verbessert wird, dass halt solche Aspekte im Prinzip nicht mehr auftreten, dass das Tool auch wirklich die internen Funktionalitäten der Tools nutzen kann. Weil ich glaube, dadurch eröffnet sich natürlich ein sehr, sehr großes Potenzial, wenn das Tool plötzlich auch wirklich vielleicht auch komplexere Aufgaben innerhalb des Tools übernehmen kann, wo ich vielleicht durch verschiedene Menüs klicken müsste als Nutzer und das Tool das im Prinzip tatsächlich eigenständig dann übernehmen kann. So, damit wir das Ganze jetzt auch nochmal vielleicht an einem funktionierenden Beispiel darstellen wollen. Ich habe jetzt im Prinzip eine Beispieldatei geöffnet, da geht es um den Getränkekonsum in Deutschland. Das habe ich jetzt einfach mal von Statista heruntergeladen. Und damit der Co-Pilot überhaupt erstmal damit arbeiten kann, muss ich sicherstellen, dass das Ganze im SharePoint verfügbar ist. Und dafür muss ich erstmal das Dokument speichern. So, ja, ich hoffe, dass es jetzt mit diesem Beispiel funktionieren wird. Also grundsätzlich ist es so, dass das Ganze erstmal als Tabelle formatiert sein muss, damit er damit arbeiten kann. Und wir fragen ihn einmal, ob er eine Spalte hinzufügen kann. Eine Spalte mit den Hauptstädten. Wir haben es hier mit einer Tabelle der EU zu tun. Da ist das Bruttoinlandsprodukt dargestellt, der verschiedenen Länder. Und er sagt mir jetzt, dass ich eine Formel benutzen kann. Das ist doch auf jeden Fall. Es darf nicht wahr sein. Ja, er wollte mir erstmal eine Formel anbieten tatsächlich, mit der man dann quasi die Hauptstädte einfügen kann in die jeweilige Spalte. Dafür hätte ich natürlich dann in jedes Formelfeld auch die Hauptstädte selber schreiben müssen. Er bietet mir hier jetzt tatsächlich an, nachdem ich gesagt habe, dass er die Hauptstädte doch kennt, das zu tun. Er macht es allerdings, wie man hier sieht, nur bis zur Ukraine und danach scheint es nicht zu funktionieren. Und manchmal hilft es tatsächlich, ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten, damit der Co-Pilot dann auch im Prinzip die vollständige Arbeit macht. Aber er hat mich hier leider nicht verstanden und hat das Ganze jetzt im Prinzip gelb hinterlegt. Okay, Fazit alleine für Excel. Hier muss auf jeden Fall noch deutlich nachgelegt werden, damit das Ganze komplett nützlich ist. Weil nämlich, selbst wenn einzelne Sachen gut funktionieren, dann ist es doch sehr frustrierend, erstmal überhaupt ausprobieren zu müssen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Was im Prinzip meiner Erfahrung nach tatsächlich gut funktioniert, ist alles, was im Prinzip mit unstrukturiertem Text zu tun hat. Also beispielsweise auch die Nutzung in Outlook oder in Teams, um sich E-Mails zusammenfassen zu lassen oder Chats zusammenfassen zu lassen. Fragen wir doch einmal, wer hier zum Beispiel in diesem KI-fokussierten Chat am meisten im Prinzip postet. Und, oh, eine große Überraschung, ich habe tatsächlich die meisten Posts abgegeben. Aber solche Fragen kann man dem Co-Pilot stellen und man kann sich natürlich auch zusammenfassen lassen, was hier diskutiert wurde, ist vielleicht in Teilen recht oberflächlich. Was ich aber spannend finde, ist nämlich die Möglichkeit, dass der Co-Pilot auch die Inhalte verlinkt. Das heißt, ich kann auch direkt dazu im Prinzip springen, sodass man im Prinzip auch immer hier an jeder Stelle ein Zitat hat und natürlich immer zum Ursprungsdokument oder zur Ursprungsquelle gehen kann. Bei Outlook funktioniert es ähnlich, das heißt, da kann man sich auch im Prinzip die E-Mails zusammenfassen lassen. Ja, mein Zwischenfazit ist, dass tatsächlich noch einiges an Potenzial verschenkt wird. Für rein textuelle Inhalte funktioniert das Ganze sehr gut. Da ist man im Prinzip von ChatGPT auch schon gewöhnt, was da alles möglich ist. Aber andere Dinge sind tatsächlich noch nicht da, wo sie aus meiner Sicht sein sollten. Nämlich wirklich die Funktionalität auch der einzelnen Applikationen auszunutzen und den Nutzer wirklich auch bei verschiedenen Workflows innerhalb der Tools zu unterstützen. Die zur Rolle liegenden Sprachmodelle sind zwar nicht perfekt, aber sie können solche Dinge durchaus leisten. Ein Beispiel ist ChatGPT mit dem Code-Interpreter-Modus. Das heißt, das Tool kann selber beispielsweise Python-Code erzeugen und diesen Python-Code auch ausführen, um Dinge zu tun. So etwas müsste Microsoft im Prinzip auch für Excel und die anderen Tools anbieten, damit man hier das volle Potenzial ausschöpft. Und viele dieser allgemeinen Tätigkeiten, gerade wenn es um textuelle Informationen geht, da kann man auch mit anderen Tools Ähnliches erreichen, indem man die Inhalte dann vielleicht kopiert und einfügt. Das heißt, ich würde an der Stelle nicht sagen, dass es keinen Weg an dem Microsoft Co-Pilot vorbei gibt, sondern der Markt ist im Prinzip groß. Es gibt verschiedene Anbieter. Es gibt natürlich auch Lösungen, die man sogar mittlerweile selber hosten kann im Unternehmen, wenn auch die Qualität vielleicht nicht ganz an die großen Sprachmodelle ranreicht. Aber letztendlich gibt es auch andere Produkte neben dem Co-Pilot, die mindestens genauso gut funktionieren würden, die vielleicht nicht so stark integriert sind. Aber der Aspekt der Integration wird aktuell noch nicht wirklich ausgenutzt. Es kommt aus meiner Sicht gar nicht so sehr darauf an, welches Tool man jetzt einsetzt im eigenen Unternehmen, sondern vielmehr, dass man ein Tool oder mehrere Tools einführt im Unternehmen, die dann auch genutzt werden können, unter Berücksichtigung natürlich von Aspekten wie beispielsweise Datenschutz, sodass es abzuwarten bleibt, ob der Co-Pilot vielleicht doch noch mit anderen überzeugenden Argumenten daherkommt oder ob wir als Endanwender tatsächlich die freie Wahl haben und am Ende des Tages uns für das Tool entscheiden können, was uns wirklich auch dann den meisten Mehrwert bringt. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in den Microsoft Co-Pilot gefallen hat und ich freue mich, wenn ihr einen Daumen hoch da lässt, gerne auch unseren Kanal abonnieren, lasst gerne auch einen Kommentar da, auch wenn ihr Rückfragen habt und ich freue mich, wenn es das nächste Mal heißt Inside AI. Auf Wiedersehen!